was ist das denn hier wasser nein ach so du baust da gerade was ab ja das dauert mir zu lang doch da war doch ich glaube ich weiß es nicht sag ich dir gleich wenn ich aus dem wasser bin oder ob ich auch kohle im berg ja ich weiß wo das ist cool das ist sehr warte ich gehe erstmal hier hoch coole kohle können wir brauchen so und das war erde erde ich habe erde abgebaut boah du hält ja super ich habe unter wasser erde abgebaut oh ja nee die ist selten boah das ist der hammer hier oh scheiße hammer scheiße ja findste hat spaß ja auch nee jetzt kommen so haben wir gleich geschafft guck mal loch ok ich glaube wir brauchen neue Äxte Schätzelein ja wir haben aber kein dings mehr ja stein können wir doch auch oh guck mal her vierzehn stück hier die würfel wieder weg ist da liegen sieben hühnchen für dich Oh, danke. Ich habe Stein. Also wir können aus Stein noch was bauen. Weil Eisen haben wir gar nichts mehr. Das ist eine gute Idee. Mach mal. Ja, nimm mal die Hühnchen mit. So, ich mache mal eben... Alter, weißt du, wie viele Hühnchen ich jetzt habe? Ich mache mal eben Dings. Willst du das wissen? Ja, sag mal. Was brauchen wir denn? 18. Eine Steinaxt, ne? Eine Axt, jawohl. Ja, einmal für dich. Was? Wo? Wer? Da? Nikolaus? Achso, habe ich schon aufgenommen. Warte. Habe ich aufgenommen. Warte, warte. So. Voll dem Fuscher. Was ist das denn? Sticks. So, hier. Was sage ich denn mit den Sticks? Da, da ist dein Axt für dich. Da, deine Sticks. Oh. Danke. Ich danke auch. Okay, dann würde ich sagen, wir ziehen jetzt hier erstmal die Mauer ein bisschen noch hoch. Und dann gucken wir, wo wir die Fenster reinbauen können, ja? Das ist mal eine Idee. Kihi. So. So. Hallo. Falscher Knopf. Aber das wird bestimmt richtig geil hier oben. Doch, das wird bestimmt schick. Mhm. Dung, 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 dung. So, jetzt haben wir schon mal ein Ding weiter hoch. Okay. Hopp. Jetzt kann man nur so schnell nicht mehr hier raus, ne? Doch, ich mache gleich noch... Ach, wir brauchen eine Tür. Ja, ja, wir machen noch... Ich mache jetzt gleich eine Tür. Hilfe. Ich wollte das hier nur einen höher ziehen. Ja. Weil dann können wir eben im Dunkeln hier weiter bauen. Dann kommen die Monster da nicht rein. Ja, da können die uns mal am Arsch verlecken, können die uns, ne? So. Höh. Wow. So, jetzt müssen wir mal gucken. Pass auf, ich mache mal eben Türen. Zwei Stück nochmal, ja? Eingangstür, eine oder zwei? Zwei. Das ist so pompös hier. Da brauchen wir zwei. Okay. Dann müssen wir noch entscheiden, wo wir die hinsetzen. Hm. Hm, hm, hm. Am besten so, dass man rein und raus kommt. Aber nicht hier hinten. Aber wir können auch zwei Eingänge machen. Ja? Ja, warum nicht? Pass auf. Ich habe nämlich da... Da brauchst du vier Türen. Ja, ich... Wo ist meine Axt? Ach, da. Wo kackt du denn damit? Haben wir ich nicht. So, pass auf. Ich bin unschuldig. Dann wollte ich nämlich hier. So, hier. Und dann bauen wir uns hier eine Treppe runter hinterher. Scherzelein? Ja, natürlich. So. So. Schwupp. So. Hier an der Wand brauchen wir ja keine Fenster zu basteln, richtig? Nee, aber hier ist scheiße. An der Wand auch nicht. Ich muss die Tür mal irgendwie da abbauen. Oh. Äh. Gib mir neue Eichenholzbretter. Was für Eichenholzbretter? Steinspitzhacke. Okay. So. Pass auf. Ich muss hier eben... Wo ist denn jetzt schon wieder der Rückenholz? Nicht runterfallen, Schnitte. Was ist los? Nee, nee. Machst du wieder Faxen? Ja, ich. Sehe ich etwa so aus. Äh, ja. Okay. Ich wäre fast runtergefallen. Das ist aber nicht schön. Aber nur fast. So, jetzt haben wir hier auch eine Tür drin. Ja. So, einmal schon mal. Ah, bist du schon weiter am Hochbauen? Ja. Oh, das finde ich gut. Bin auch gleich runtergeplumpst. Was aber jetzt nicht so dramatisch ist, weil... Okay, dann machen wir noch eine... Nee, das... Ich habe nur da gemacht, wo Wand ist, wo man eh keine Fenster hat. Ja, ich ziehe noch einen drauf. Na gut, mach mal. Ich sehe zwar nichts mehr. Ich habe nur noch vier. Viermal Eichenholzbretter. So, dann können wir dann... Wollen wir nur noch Druckplatten, Mann? Alter, ist das dunkel hier. Ja, wie ein Bärenarsch, wa? Oh. Und ich glaube, der ist noch hell. Ha, ha, ha. Ja, das könnte glatt der Fall sein. Also, ich sehe hier gar nichts mehr. Na ja, müssen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwie wendetechnisch noch ausstatten. Ich glaube, wir schlafen noch mal. Ähm... So, ich mache jetzt erstmal hier... Schön, dir bei der Arbeit so zu sehen. So, ich mache jetzt erstmal hier Licht. Sehr schön. Also, wo wir Wände ziehen und dann Schlafzimmer machen und so. Wird das Bungalow? Das wird so eine Riesenvilla. Was machst du denn? Ach, du schläfst. Ich habe dir gesagt, ich gucke dir bei der Arbeit zu. Mach du mal, ich baue noch ein bisschen. Work in progress. Ich sehe das schon, ja. So, warte, ich schlafe mal mit. Wie, du schläfst noch mit? Geh in dein Bett. Ja, bin ich doch. So, fertig. Gar nicht. Jetzt fertig. So. Bett abgebaut. Ja. Wir müssen uns hier wirklich mal was basteln. Ja, wir müssen auch noch... So dauerhaft, weißt du? Warte mal, ich brauche mal eben... Warte mal, ich brauche mal eben was. So. Brauche ich immer irgendwie was. Ja, das ist normal bei mir. So. So, so. Und dann gehe ich mal eben raus. Du 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 du. Ich bin nur. Ich glaube, ich bin nur. So, dann haben wir nämlich hier schon... Oh, scheiße. Na, bist du eine freundliche Spinne? Oder soll ich mal mein Eisenschwert zücken, hä? So. Ne. Voll geil. Fräulein. Schön ist es hier. Soll ich dir den Arsch versohlen? Och, da hinten. Warte mal, was ist denn das? Ein Skelett im Wasser. Ja. Ja. Selber schuld. Der müsste das nicht verbrennen. Och, Hilfe. Hier steht direkt vor meiner Nase ein Skelett. Echt? Ja. Hau es tot. Hau es tot. Spinni. Hilfst du mir? So. Äh. Der schießt auf mir. Oh, das glaube ich, das wird nicht hinhauen, wie ich mir das hier vorstelle. Scheiße. Schätzelein. Okay, todesmutig. Werde ich mich jetzt diesem... ...überaus freundlichem Skelett nähern? Ne, das geht nicht. Tod ist es. Das geht nicht, was ich mir gedacht habe. Ich bin jetzt rund auf unserem Haus rum. Das gefällt mir nicht. Also pieke ich ihr jetzt in den Arsch. Ja, mach du mal. Batsch. Oh. Die ist auf die andere Seite gefallen. Batsch. Batsch. Tot. Schnitt ist wieder hier voller Metzeln. Ja. Was ist denn das? Ein Spinnenaug. Die Spinnenaugen sehen ja urig aus. Das musst du auch mal machen. Erledige mal eine Spinne. Ja, warte. Ich komme. Ich komme zu dir. Ich gehe mal... Hier ist doch nichts. Ne, habe ich auch gemacht. Ach, guck mal. Hier hinten ist eine Spinne. Komm her. Schätzelein. Komm mit mir mit. Hier ist eine Spinne. Wir müssen noch ein bisschen Holz sammeln. Ach ja, da sehe ich die Spinne. Ja, genau. Hier wo ich bin. Ja, ich hau die mal platt. Warte. Hier bei mir. So, hau die mal platt und dann sammelst du mal das Spinnenauge ein. Das sieht voll lustig aus. Hast du eins? Ich habe Fäden. Ich habe kein Spinnenauge. Komm mal her. Zwei Fäden. Hast du Fäden bekommen? Ja, zwei Stück. Oh geil, dann können wir schon mal einen Bogen machen. Komm mal her. Ja, was ist denn? Da. Hä? Das ist ein Spinnenauge. Sieht urig aus, oder? Ja, geil. Guck dir das mal an. Das blinkt sogar bei mir. Witzig, oder? Ja. Was wolltest du jetzt mal ein Holz holen? Ja, wir brauchen schon wieder neues Holz. Ja, dann mach du mal. Ich baue mal noch ein bisschen weiter. Ja, wann nicht bitte früh genug, wenn es dunkel wird, ja? Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Das ist nett. Ich ziehe da noch die. Ich weiß, ich habe noch ein bisschen Holz. Und dann gucken wir mal. Vielleicht mache ich schon die ersten Fenster rein. Das ist eine coole Idee. Aber das war so weit wie möglich. Da erst mal die Wände hochgezogen. Also es wird langsam, es dämmert. Ach, verarsch mich nicht. Wir haben gerade erst geschlafen. Nein, tut es auch nicht so. Ich kriege hier ein Herzkasper. Das machst du extra. Ja, mit extra mache ich das. Mit extra. Ja, genau. Du bist ein ganzer Böser. Du solltest dich schämen. Das tue ich. So geht man nicht mit einer Lady um. Jetzt geht es ab hier. Halt die Klappe. Es geht ab, Ginas. Halt die Klappe. Sei ein Breiwakubus. So, da hat das Schnittchen. So nicht. Da hat das Schnittchen schön gebaut. Ja. Habe ich schon mal gebastelt. So, wir machen uns noch zwei schöne, 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 ähm, nee. Schöne 1, 2, 3, 4, 5, 6, Türen. Dann kann das Schnittchen nämlich gleich hier rein. Das ist aber schön. Ja, und da muss das nicht wieder meckern. Nee, aber ist auch... Ich meckern. Als würde ich sowas jemals tun. Ja, würdest du. So, ist das ungefähr Mitte? Nee, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, äh. Ja. Mittig können wir nicht die Tür setzen. Das geht leider nicht. weil wir jetzt nur eine tür nehmen würde es dann wird es mittig passen aber wenn du wieder zwei nehmen möchte ja ich nehme wieder zwei weil wir so breit sind richtig ich bin so breit aber so richtig so richtig breit so so die türen gesetzt ha 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 ist das schön apropos besetzt werden wir auch eine toilette wenn du das möchtest bauen wir eine toilette ja naja ich dachte nur gehört in jedes gute haus dachte ich so glas ja das stimmt wohl das stimmt wohl so jetzt gucken wir mal dass wir hier ein bisschen so die fenster sehen ja wohl mal geil aus ja warte ich gucke zu dir rüber ja das sieht schick aus ja das gefällt mir aber das sind ja jetzt keine fenster sind ja glas blöcke oder ja das wird richtig gut gibt ja noch unterschieden schätzelein das ist richtig cool zwischen glasse blöcke und fensters so dann machen wir erst mal was rein warte mal so das sieht gar nicht mal übel aus was ich hier so basteln tue glaube ich hast du denn ich bastel holz ab du bastelst holz ab ja weil ich bin ich bin übrig sag ich dir für dich rohungen sag ich nur rohungen kreireiro gehen ja wohl dass er auch so schön wollen machen ruhe kann ich kann mich schätzelein ja ich kann das so ist sie sieht schon mal gar nicht schlecht aus aber Aber es reicht mir noch nicht so wirklich. Ich glaube... Jetzt müssen wir hier. So, hier vielleicht dann auch noch was. Nee, ja. Ein bisschen gehe ich noch sammeln. Boah, hier machen wir... Ja, ich habe die Idee. Der Kubus wieder hier. Ach, ich glaube, du hast einen Nachricht. Ja, da will wieder jemand. Irgendjemand was von uns. So, haben wir hier. Creative-Kopf. Eins, zwei, drei. Ist wieder at work. So, warte. So, wie viel habe ich jetzt? Eins, zwei, drei. Wow. Jetzt machen wir hier das Mega... Sehr mega... Mega was? Klär mich doch mal auf. Ja, wenn du gleich wiederkommst, wirst dich wundern. Ach so. Weil ich habe mir da was überlegt. Wenn wir schon pompös bauen, dann machen wir das auch richtig. Ja, das stimmt. Und hau mal richtig auf die Kacke. Nee, davon kriegt man Sommersprossen. Ja, das macht nichts. So. 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 Mir reicht's. Ah, ich habe auch einmal 64 Holz. Wenn ich das umwandeln tun, dann, glaube ich, haut das hin. So. Shishih shih 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 shih. Dim dum dum dum. Ich will jetzt mich mal wundern. Oh, das ist auf eine Glasfront. Du hast sowas von recht, dass ich mich wunder. Hier brauchen wir neuen Sand? Äh. Bis jetzt, glaube ich, nicht. Reicht das mit dem Glas? Äh, nee. Na. Bring mal Sand noch mit, wenn es geht. Ja, nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich schon at home. Was, du bist schon ertrunken? At home. Ich glaube so nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon ertrunken, tut mir leid. Ich habe zweimal Sand. Den haue ich da rein, aber mehr hätte ich jetzt nicht zur Verfügung. So. Und gefällt Ihnen das? Warte, das gefällt mir sehr gut. Okay, dann werde ich jetzt mal noch... Brauchst du Eichenholz? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 64er Stacks und ein 4. Also... Geium. Danke.